Musik 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 Wir sind in der Lanaken in Belgien und nehmen hier unser Agum auf. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir es hier tun, weil ich keine Lust hatte, in Berlin ein Studio zu mieten und wir treffen uns um, weiß ich nicht, um 10 Uhr und arbeiten bis 18 Uhr, haben diesen Zeitdruck und jeder geht danach nach Hause. Und reflektiert die Songs vielleicht nur für sich, aber nicht in der Gruppe und da entstand dann die Idee, dass wir uns vielleicht ein Haus mieten und einfach vor Ort das komplette Album aufnehmen und uns auch jeden Tag und jede Stunde damit auseinandersetzen. Musik 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 Vielen Dank.